Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Alex und heute nehme ich euch mit in eine Advertising Case Study. Case Studies sind ja unter den POD YouTuber Kollegen gerade sehr en vogue. Von daher möchte ich aufspringen auf diesen Zug. Ich habe zwar keinen Plan, was eine Case Study eigentlich sein soll, aber hört sich besser an, als ich zeige euch, was ich hier mache, begleite das in einer Videoreihe und ihr könnt dann sehen, was draus geworden ist. Das wäre vielleicht ein bisschen sperrig für den Titel, von daher denke ich, geht das schon in Ordnung. Heute wieder ohne Facecam, weil ich bin unrasiert, von daher passiert jetzt nicht übermäßig viel auf dem Bildschirm, aber ich zeige euch natürlich die Daten, die wir hier schon sammeln konnten und erkläre, worum es gehen soll. Und zwar geht es um eine neue Advertising Strategie und wenn jetzt schon einige wieder die Augen verdrehen, nein, es ist nicht die neue Advertising Strategie von meinem Account, die jetzt irgendwie jeder machen muss, sondern es geht einfach um einen kleinen Teil, den ich neu ausprobiere. Darüber habe ich schon gesprochen. Ich teste dieses Jahr viel aus, das heißt viele neue Kampagnenarten, Kampagnenstrukturen, um einfach neue, andere Wege zu finden, die vielleicht funktionieren, um seine Designs zu bewerben. Und das ist jetzt ein Teil davon, das heißt eine Version von vielen, die aber auch schon relativ gut funktioniert hat. Zumindest, wenn wir hier mal gucken, Lifetime im März habe ich da schon etwas beworben mit einem positiven A-Kost, 21 Prozent, da es sich hauptsächlich um Shirt handelt oder nur um Shirts, die hier verkauft wurden, konnte ich also hier schon etwas Geld mit rausnehmen. Es sind nur 20 Orders, es handelt sich jetzt hier allerdings auch nur um eine Kampagne von mehreren. Aber man kann schon sehen, also es kann funktionieren. Das Ganze ist immer noch ein großer Test. Das bedeutet, ich kann euch jetzt nicht sagen, das funktioniert auf jeden Fall, aber ich möchte einfach einen neuen Weg aufzeigen. Darum geht es ja generell hier auf dem Kanal auch, einfach mal neue Denkanstöße zu geben, neue Wege, die ihr dann adaptieren könnt auf eure Sachen. Ja, also auch nicht eins zu eins wieder übernehmen, sondern guckt einfach, wo könntet ihr das eventuell anwenden. Und am Ende könnt ihr natürlich auch abwarten, was jetzt aus unserem Test wird. Also man kann schon sehen, hier im Mai habe ich jetzt angefangen, das heißt das Gleiche werde ich jetzt im Mai und Juni fortsetzen und euch einfach mal mitnehmen. Das kann natürlich auch voll in die Hose gehen, so ist das immer bei einem Test. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal rein, ich erkläre, worum es geht. Wenn euch das gefällt, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Falls ihr am Ende Fragen habt, natürlich auch gerne einen Kommentar schreiben. Wie man hier an diesem Portfolio sehen kann, handelt es sich um Event-Shirts. Auch das hatte ich Anfang des Jahres schon mal erwähnt, dass ich dieses Jahr, anders als letztes Jahr, nicht 100% auf Evergreens gehe, sondern eben auch mal die großen, mittelgroßen und vielleicht ein paar kleine US-Events mitnehmen möchte. Ich gehe da nicht all in, aber ich sage mal, wir sprechen so über 20 bis 60 Designs pro Nische oder pro Event, mit denen ich dort starte und gucke einfach mal, wie das funktioniert. Vielleicht auch noch, ob sich das im nächsten Jahr dann steigern lässt. Und bei diesem Test hier speziell geht es dann um manuelle Kampagnen, um genau zu sein, um manuelle Broad-Kampagnen. Das heißt, es wird nur auf Broad-Keyword dann beworben. So, und die Idee dahinter war, dass ich überlegt habe, wie kann ich denn diese neuen Event-Shirts irgendwie, ja, sichtbar machen, für Sichtbarkeit sorgen. So, und wie das Ganze aufgebaut ist, das gucken wir uns jetzt an. Wir gehen einfach mal in diese Kampagne hier rein. Und dann sehen wir unten auch schon die, ja, Nischen-Events, zu denen ich das schon gemacht habe. Das bedeutet, es sind halt auch so Awareness-Shirts oder Monate, Tage. Also es sind jetzt nicht nur Feiertage in dem Sinne. Hier haben wir einmal Epilepsie-Awareness, Down-Syndrome-Awareness und St. Patrick's Day, was alles so im Februar, März, glaube ich, stattgefunden hat. Und wenn wir hier einfach mal nach rechts scrollen, dann sehen wir auch schon, dass Epilepsie-Awareness am besten funktioniert hat, mit einem relativ guten ARCOS. St. Patrick's Day war auch okay. Und bei Down-Syndrome-Awareness habe ich ein bisschen Geld verloren. Insgesamt kommt das dann aber immer noch im Positiven raus, was mich jetzt dazu bewogen hat, das einfach weiter zu testen. Mit der vierten Nische, die hier noch als super geheime Nische benannt ist. Was einfach den Grund hat, dass ich es jetzt noch nicht revealen werde. Am Ende kann ich gerne sagen, was es für eine Nische gewesen ist. Möchte jetzt lediglich nicht im Vorfeld unnötig viel mehr Traffic dadurch auf dieses Keyword, auf das ich ja am Ende biete, bringen. Auch wenn das sicherlich bei meiner Reichweite jetzt nicht diesen Riesenausschlag geben wird. Aber so bauen wir vielleicht auch noch einen kleinen Spannungsbogen auf. Es ist aber ein US-Event, was im Juni stattfindet. Da gibt es jetzt natürlich mehrere, von daher wisst ihr es nicht genau. Aber das ist, denke ich mal, relativ offensichtlich. So, genau. Was habe ich hier gemacht? Gehen wir doch erstmal auf die Kampagnen ein, die ich sozusagen schon beworben habe. Und was so die Idee dahinter ist. Nehmen wir mal Epilepsie-Awareness. Das ist ja am besten gelaufen. Gehen hier ins Targeting rein. Und zwar habe ich hier tatsächlich nur auf ein einziges Keyword geboten. Und das ist nur Epilepsie als Broad Keyword. So, also etwas kontraintuitiv, was man ja eigentlich sonst nie machen würde, weil das ja sehr unspezifisch ist. Das bedeutet, wenn jemand nur Epilepsie eingibt, dann kann er ja alles Mögliche suchen. Ein Buch zum Beispiel über Epilepsie oder wie auch immer. Und ich weiß ja nicht, was für Zusätze da noch kommen. Das heißt, es kann ja alles eingegeben werden in Verbindung mit Epilepsie. Und darauf könnte ich ausspielen. So, die Idee dahinter ist aber folgende gewesen. Ich bewerbe das vielleicht nochmal als kleiner Recap. Ja, einfach alle meine Designs in Lotterie-Kampagnen. Und die Designs, die sich gut verkaufen, bewerbe ich dann zusätzlich noch in Single-Asen-Kampagnen, wo sie dann einzeln in automatischen und manuellen Kampagnen beworben werden. So, die Designs, die ich jetzt hier bewerbe, also in diesem Test, sowohl in den schon abgeschlossenen als auch in dem, der aktuell läuft, bewerbe ich auch in den Lotterie-Kampagnen. Das heißt, die sind dort nicht exkludiert. Die bewerbe ich hier also zusätzlich. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass es generell schwierig ist, bei solchen Events neue Shirts in den Markt zu bringen. Weil die müssen natürlich erst indexiert werden. Die haben noch keine Verkäufe, keine Bewertung. Und man kennt es ja. So, das heißt, es ist generell schon sehr, sehr schwierig. Es gibt natürlich zu Events auch immer unglaublich viele Designs und da an Sichtbarkeit zu gewinnen, ist einfach sehr, sehr schwer. Das funktioniert auch mit den Lotterie-Kampagnen nicht besonders gut. Klar packe ich die da rein, aber ich konnte eben auch feststellen, dass der Bit bei den Lotterie-Kampagnen oftmals nicht ausreicht. Weil zu dem entsprechenden Event sind die Bits auf diesem Thema natürlich sehr, sehr hoch. Und dann reicht es oft eben nicht, dieser niedrige Bit, also auch mit der Placement-Erhöhung nicht aus, um diese Events, Shirts sichtbar zu machen. So, ich kann aber auch bei den Lotterie-Kampagnen verständlicherweise nicht jetzt einfach beliebig den Bit erhöhen, weil dann alle anderen Designs, die Evergreen-Designs, für die der Bit ja ausreicht, overshooten würden. So, das bedeutet, ich muss sie einzeln rausnehmen. Ich müsste also eine einzelne Lotterie-Kampagne oder eine einzelne automatische Kampagne für dieses Event machen. Das wäre mir dann aber wieder zu viel Verwaltungsaufwand, das für jedes Event irgendwie neu aufzusetzen. So, von daher habe ich mir überlegt, was kann man denn machen? Vor allen Dingen auch in Bezug auf den zweiten Punkt, denn man weiß ja noch gar nicht, was sind denn hier die Search-Terms? Also kann ich hier raufklicken, sieht man natürlich nicht, weil das jetzt schon deutlich länger her ist. Aber ich weiß ja noch gar nicht, unter welchen Search-Terms werden denn meine Sachen gesucht, beziehungsweise dann auch gekauft. Ja, und jeder, der sich schon mal die Search-Terms bei Amazon angeguckt hat, weiß, es ist halt nicht so einfach, dass er einfach schreibt Epilepsie-Awareness-Shirt. Und da sind dann alle Klicks oder was. Sondern die Leute geben wirklich so viele unterschiedliche und manchmal komische Sachen ein, wo sie dann auf das Shirt kommen und es dann kaufen, glaubt man nicht. So, und diese Daten hat man ja am Anfang, gerade im ersten Jahr entsprechend noch nicht. So, deswegen hatte ich die Idee, einfach eine Broad-Kampagne aufzusetzen und eben nur auf das Main-Keyword zu bieten, in dem Fall jetzt Epilepsie. Oder im Zusammenhang mit dem, ja, Feiertag oder dem Event. In dem Fall wäre das eben Epilepsie-Awareness. So, man könnte jetzt also auch statt nur Epilepsie, Epilepsie-Awareness probieren. Das habe ich auch gemacht. Hat nicht funktioniert, weshalb das hier auch als Negative Target quasi eingetragen ist, weil das einfach sehr schlecht performt hat und deswegen habe ich dann nochmal auf nur Epilepsie gewechselt, was dann eben, ja, besser funktioniert hat. So, bei manchen Feiertagen funktioniert das halt relativ gut. Zum Beispiel St. Patrick's Day ist halt relativ, ja, logisch. Das heißt, wenn jemand ein St. Patrick's Day-Shirt sucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwie St. Patrick's Day mit eingibt, sehr hoch. Weil er möchte ja speziell zu diesem Event etwas haben. Nehmen wir mal an, du spielst Basketball und möchtest jetzt ein Basketball-St. Patrick's Day, dann gibst du halt Basketball-St. Patrick's Day-Shirt ein. Weil wenn du nur Basketball-Shirt eingibst, hast du halt diesen Bezug zum Feiertag ja nicht. Andere Feiertage würden nicht so gut funktionieren. Nehmen wir einfach mal den Vatertag, ja, Father's Day. Wenn ich jetzt nur auf Father's Day biete, ist es ja erstmal ziemlich random, weil das kann ja alles sein. So, wenn ich jetzt ein T-Shirt für meinen Vater suche und der ist Golfspieler und ich gebe nur Father's Day ein und meinetwegen, ich habe jetzt hier ein Golf-Dad-Shirt hochgeladen, dann ist es ja komplett irrelevant jetzt für diese Person. So, das heißt, hier ist es ein bisschen schwieriger, da müsste man ja speziell auf Nischen gehen. Speziell, weil Father's Day seltener eingegeben wird als Dad. Also, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein T-Shirt für einen Vater sucht zum Vatertag, dann gibt er ja nicht zwangsläufig Father's Day ein, sondern dann gibt er halt ein Basketball-Dad-Shirt. Wesentlich häufiger als Basketball-Fathers-Day-Shirt. So, das heißt, hier wäre entweder der Weg über Dad zu gehen, aber da das auch immer noch ziemlich random ist, müsste man dann halt die Kombination mit der entsprechenden Nische vielleicht doch ansetzen. So, man kann schon sehen, es funktioniert jetzt nicht mit allen Sachen. So, und in manchen Nischen-Events gibt es dann eben auch, wie ich nenne es jetzt einfach mal Synonyme für den Feiertag. Also, dann ist es halt nicht der Feiertag, was weiß ich, Independence Day könnte zum Beispiel auch 4th of July sein oder es gibt halt spezielle, ja, Unterkategorien sozusagen von diesem Feiertag. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber das kann dann ja jeder selber auch rausfinden für den Feiertag, den man halt bewerben möchte. So, und an vierter Stelle steht jetzt halt hier diese super geheime Nische. Das ist in diesem Fall einfach nur ein Wort, das heißt, hier habe ich wirklich nur das Main Keyword beworben und habe dann jetzt erstmal die Bits erhöht. Wir gehen einfach auch mal hier rein und dann gucken wir uns hier mal die letzten sieben Tage an, was ich hier gemacht habe. Ich glaube, länger läuft sie auch nicht. Genau, also am 14.05. habe ich hier gestartet und ja, heute ist jetzt noch nicht so viel passiert. Da sind jetzt 18 Impressionen zusammengekommen. Man kann auch sehen, insgesamt sind bisher, was sind das hier, sind hier überhaupt Klicks? Hier habe ich jetzt, glaube ich, gar keine Klicks angezeigt, ist auch nicht so wild. Können wir hier nochmal, 10 Klicks, okay. 10 Klicks sind insgesamt jetzt schon in der Zeit zusammengekommen, noch keine Order. Ich habe erstmal wirklich niedrig bin ich gestartet mit dem Bit. Ich glaube, bei 20 Cent, wenn mich nicht alles täuscht, würde ich auch immer raten, denn man weiß natürlich nicht, wie weit fortgeschritten ist denn schon der Traffic zu diesem Event. Das heißt, ist ja jetzt vielleicht doch schon sehr, sehr hoch und verbraucht man dann sehr schnell Budget. Vor allen Dingen möchte ich ja nicht unnötig viel Geld ausgeben. Das heißt, ich versuche schon noch bei einem sehr, sehr niedrigen Bit einfach mal erstmal ein paar Verkäufe mitzunehmen für diese Designs. Ja, also das ist auch wichtig. Das ist jetzt keine aggressive, ich möchte meine Events dieses Jahr in diese Nische, zu diesem Event etablieren, Strategie. Sondern es ist eine, ich versuche die ersten Search Terms zu finden, auf die ich dann eventuell bewerben kann und nehme ein paar erste Verkäufe im ersten Jahr mit Strategie, wenn das verständlich ist. Also ich versuche trotzdem relativ defensiv an die Sache heranzugehen. So, dann bin ich halt mit 20 Cent gestartet und wenn man dann sieht, okay, 12 Impressionen ist jetzt natürlich überhaupt nicht relevant. Am zweiten Tag 65, 143, also wenn man so ein bisschen Gespür dafür hat, wie viele Impressionen sonst so T-Shirts haben. Vor allen Dingen muss man natürlich beachten, wie viele Designs, wie viele T-Shirts, Produkte habe ich denn da drinnen. Ja, wenn ich jetzt natürlich nur eins habe, sind natürlich 143 Impressionen was anderes, als wenn ich 150 Designs oder Produkte jetzt in dieser Kampagne drin habe. Wenn man dafür ein bisschen Gespür hat, dann kann man natürlich hier auch schneller hochgehen. Ich bin dann so in 5 Cent Schritten ungefähr hochgegangen. Das heißt hier dann auf 25, also auch täglich auf 30 Cent, auf 35 Cent. Dann habe ich hier den ersten Klick bekommen, habe gesehen, okay, es wird, oder die ersten zwei Klicks, habe gesehen, es wird schon das Maximum ausgegeben. Ja, also mein Bit war bei 35 Cent zweimal, 70 Cent. Habe gesagt, okay, hier erstmal abwarten. Manchmal braucht es ja auch ein paar Tage, bis die Kampagne richtig anläuft. Bin nur auf 36 Cent dann gegangen. Da habe ich dann einen Klick bekommen, auch wieder mit dem Maximalgebot und habe dann gesehen, okay, die Steigerung ist aber jetzt nicht so signifikant. Also da möchte ich schon noch ein bisschen mehr und bin jetzt entsprechend auf 40 Cent. So, und das war eben dann der Tag gestern. Hier auf 40 Cent werde ich es auch erstmal belassen. Gucke mir das weiter an. Dann Feiertag ist ja auch noch ein bisschen hin. Der große Traffic kommt ja sowieso erst in den, ja, zwei Wochen, würde ich sagen, davor. So, das heißt, es ist jetzt auch noch nicht übermäßig relevant. Aber hier werde ich das jetzt erstmal weiterlaufen lassen und mir dann eben entsprechend angucken, Okay, was suchen die Leute? Manchmal kristallisiert sich eben schon ein zweites Keyword raus, was dann vielleicht sogar gut funktioniert, unter dem man die ersten Bestellungen bekommt. Dann kann man das natürlich auch nochmal irgendwie hier reinnehmen oder dann eben direkt in eine Exact-Kampagne. Das wäre also eine zweite Möglichkeit, direkt aus diesen Ergebnissen hier heraus zu agieren und dann die Sachen, die jetzt speziell zu diesem Event funktioniert haben, in eine, ja, Test-Exact-Kampagne, wo ich diese dann reinpacke und einfach mal das entsprechende Shirt, kann man ja bei relativ wenigen Orders dann auch herausfinden, welches Shirt das war, dann speziell nochmal auf dieses Exact-Keyword zu bewerben. Ja, aber man findet auf jeden Fall erstmal raus, welche Designs von diesen, also man kann das schon sehen, bei mir sind jetzt 154 Produkte insgesamt hier drinnen. Ich weiß gar nicht, wieso, so wie, ach so genau, ja, es sind alles T-Shirts. Ich habe auch die alten T-Shirts, die ich schon zu diesem Event hatte, also ich hatte schon vorher welche mit reingenommen. Insgesamt sind das jetzt also wirklich 154 unterschiedliche Designs, alle auf Standard-Shirts, die ich jetzt dazu bewerbe. Und gucke mir dann eben an, welche T-Shirts bekommen überhaupt Traffic, welche werden gekauft. Auch dafür ist es natürlich ganz nützlich und dann eben entsprechend unter welchen Keywordern. Genau, das ist jedenfalls erstmal die Strategie, wo ich euch dann mitnehmen werde in Updates. Weiß ich nicht, vielleicht machen wir noch zwei Videos, einfach so in zwei Wochen vielleicht noch einmal, dass wir hier mit reingucken, vielleicht auch im Monats-Updates-Video, also in dem Einnahmen-Update-Video und dann eben entsprechend, ja, am Ende nochmal, wenn der Feiertag dann ran ist, beziehungsweise kurz nach dem Feiertag und wir gucken uns einfach mal die Ergebnisse an. Falls ihr, wie gesagt, Fragen dazu habt, manchmal vergesse ich ja irgendwas mitzuerklären, dann gerne unten in die Kommentare hauen. Und dann wünsche ich euch erstmal viel Erfolg beim Bewerben eurer Shirts, schaltet beim nächsten Video auch wieder mit ein und bis dahin sage ich, reingehauen!